BDP Schweiz setzt sich ganz klar und vehement für die Vignette-Preiserhöhung ein, weil es aus unserer Sicht glasklar ist, dass da ein Gegenwert da ist an eine Infrastruktur, die es unbedingt braucht. Und wer für Strassen ist, wer für Infrastruktur ist, der muss für die Vignette-Preiserhöhung sehen, alles andere funktioniert nicht.